36 Prozent der Deutschen im jungen und mittleren Erwachsenenalter fühlen sich einsam. Jeder fünfte bis sechste Deutsche entwickelt im Laufe seines Lebens eine Depression. Fast jeden Tag nehmen sich 28 Personen in Deutschland das Läden. Fast alle zwei Minuten wird jemand in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt. Die Telefonseesorge bietet Menschen in Krisenmomenten sofortige und anonyme Unterstützung. In Deutschland gibt es viele Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Die Telefonseelsorge spielt eine unterstützende Rolle in solchen Krisensituationen. Also wenn ich ehrlich bin, gibt es schon Gespräche, die ich nicht vergesse. Die Telefonseelsorge ist eine wesentliche Säule in der Gesellschaft. Ich glaube, man merkt, wie wichtig so ein neutraler Wohlfühlort wie diese Küche hier ist in der Seelsorge, um zusammenzukommen, um sich auszutauschen, um die Themen, die doch teilweise sehr schwer sind, hier zu lassen und ja auch einfach mal persönliche Gespräche zu führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017